Willkommen zurück zu Starkwarf. Beim letzten Mal haben wir festgestellt, ey Mensch, wir müssen jetzt hier mal irgendwie zusehen, dass wir hier einen sehr geordneten, ja, wie sollen wir sagen, ähm, einen sehr geordneten Angriff starten, damit das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Denn, was wir gelernt haben, ist halt auf jeden Fall, ey, ne, so geht's nicht, so funktioniert das leider hinten und vorne nicht, deswegen, gucken wir mal, dass wir das jetzt hier besser regeln, als noch in der letzten Folge, da haben wir, keine Ahnung, ein paar Mal hier neu gestartet, weil ich ja selber nicht wusste, ey Mensch, ne, wie machen wir das am besten, ähm, hier, guck mal da das Ding an, bitte. So. Von unten wird jetzt gleich ein kleiner Angriff kommen, der ist aber mir relativ egal. Hier geht bitte da drauf. So, was wir jetzt hier vorhaben, ist halt jetzt in erster Linie einfach, ähm, sag schon, die hier soweit auseinandernehmen, hier wollte ich noch die Hydralisten bauen, genau, dass die hier keine Minz mehr abholen können, das ist zumindest jetzt so erstmal mein Ziel, ob das klappt, mal gucken, was dann das Beste ist, was ich jemals gemacht habe, auch mal gucken, ne? Ich bin einfach mal optimistisch und sage, ja, wird schon. Hoffe ich. So. Gut, die Terror haben mich jetzt ein bisschen erledigt, das ist klar. Wollen wir ein bisschen aufpassen, hier, hier kommt ja gleich der eine Angriff hier an, freut sich dann den Keks. Okay. Dann ziehen wir unsere Truppen hier ab, gleich, nach dem kleinen Superangriff hier. So. Warte warten. Wenn wir meinen, das lief hier auch schon mal besser, aber manchmal muss man leben mit dem, was man hat. So. Hier kommt mal zurück. Die hier machen nochmal ein bisschen so Zeug, machen auch so langsam Rückzug. Wollen hier nicht mehr verlieren, als unbedingt nötig. So. Wir haben nicht so viele Minz. Wir haben hier auch nicht mehr die Möglichkeit, hier großartig Minz zu bekommen. Wir wissen aber, hier unten wäre halt noch eine Minz-Station gedönsdingerns. So. Was ich jetzt am überlegen bin, ist, ob wir, solange wir hier noch ein paar Minz haben, vielleicht mal ganz kurz auch nochmal den Weißen hier Bescheid geben. Hey, ich bin auch noch da. Kommt der nämlich gleich auch nicht mehr an. Zumindest nicht aus der Ecke. Insgesamt gibt es ihn ja wahrscheinlich noch. Irgendwo so um den Overmind herum. Vermute ich einfach mal. Ob das klappt, keine Ahnung. Abwarten und Kakao trinken. Ne? Versuch macht klug. Mit CH am Ende. So, aber wenn wir halt den hier auch nochmal von seinem Minz hier abkapsen können, dann hätten wir hier eventuell halt auch nochmal eine Möglichkeit, an Minerei hinzukommen. Das ist so meine kleine Hoffnung, die ich habe. Wie gesagt, ob das klappt. Mal gucken. Kaffee trinken und so. Ja, wo fliegst du denn auch hin? Ganz ehrlich. Darfst du dich nicht wundern, wenn du da kapierst. So, was ist hier los? Ein einzelner Bippo. Sieht bisher noch ganz gut aus. Was hier? Sehe ich nicht, was angegriffen wird. Okay. BBFs sind hier nicht mal am Werk. Zumindest nicht mehr so richtig. Was hier? Oh. Das sind die Wächter, die wir uns schon mal hier so ein bisschen auseinandergenommen haben. Okay. So, das heißt, der Weiße hat hier theoretisch nichts mehr. Das wäre formidabel. Ob das so ist, werden wir gleich sehen. Hier ist noch so ein Overlord. Gehen wir mal hin. Erledigen die mal. Ich muss jetzt hier noch irgendwas tolles abladen. Muss nicht sein. Gut, zum Beispiel den Sanitäter hier. Den Sunny-Attentäter. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Gehen wir mal, machen wir weg da. Okay. Na, ladet ihr noch irgendwas ab da? Okay. Ihr mal das da angreifen, bitte. Da haben wir das hier weitestgehend. Ihr da drauf. Ihr da drauf. So. Und dann Ihr hier mitkommen. Dahin. Irgendwie mal wieder aufbauen. Das wäre super. Also ja gut, was heißt wieder aufbauen? Überhaupt irgendwie was aufbauen. Irgendwas, was dann uns gehört. Weißt du? So. Wir machen Dingens da. Wir machen Dingens da. Dann mal gucken, was da auswird. Na, kommt hier nämlich nochmal so ein Fliegerdicke-Döns an. Und davon echt nicht wenig. Ein bisschen gefährlich. Hm. So, wie gedacht. Der jetzt hier natürlich halt hier unsere Wächter auseinander nimmt, wäre das ganz schön doof. Aber, wir haben ja auch noch die hier. Und die hier. Wir kommen mal mit. So, und hier greifen wir hier die Wächter an. Ja, ist okay. Okay. So, aus hier machen wir vielleicht mal sowas. Und hoffen, dass es uns hinhaut. Ihr bitte alle hier zusammen. So. Okay. Hier draus machen wir sowas. Hier ein paar Drohnen, die da sonst wo hingehen. Hier haben wir ein paar neue Hydralisken. Die wir hier mal als zusätzlichen Schutz holen. Euch kommen hier mal zurück. Euch kommen hier mal zurück, ist auf gutem Deutsch. Ähm. Aus dir machen wir ein Kriecherdicke-Döns. Tiefenkolonie. Alles war so klar. So. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Was machen wir hier? Das ist das, was wir hier machen. Haben wir viele andere Möglichkeiten? Nein, haben wir nicht. Okay. Ähm. Drohnen. Die Mietmorddrohnen. Die dort in die Minz gehen. Ich kann hier im Moment nichts tun. Jetzt kann ich was tun. Aber es sind auch eher wenig, ne? Okay. Hier machen wir... Ja, komm. Tun wir machen. Ihr geht da rein. Alle mal da rein, bitte. Da steht hier nur der eine Marine. Ändern wir mal. So. Da haben wir hier auf jeden Fall wieder... ...Zeug. Hier, hier. Ebenfalls da mit rein. Wenn ihr da für dich seid, könnt ihr halt hier... ...Gas noch ein bisschen abschöpfen. So. Haben wir jetzt das überstanden, glaube ich, vielleicht erst mal. Wir speichern. So. Wo ich ein paar mehr drohe. Was soll denn, Geiz? Würde ich halt gerne mal gucken, ob hier der Orangener sich wieder aufbaut. Oder ob die KI dafür nicht intelligent genug ist. Die KI ist dafür nicht intelligent genug. Okay. Oh, aber da kommen Wächter. Da kommen Wächter. Da kommen Wächter. Da kommen Wächter. Okay. Frage ist halt, wo die jetzt genau hinwollen. Wenn sie hierhin kommen, ja dann bitte. Meinetwegen. Wenn sie hierhin kommen, ist halt schlecht. Ah, mal gucken. Moment, dreht sich halt wirklich alles um die Mineralien hier. Okay, da sind sie. Scheiße. Ich will nur noch mal anmerken, das ist grad nicht so gut. Ja, gut. Meine Wegen. Hm. Nicht gut. Gar nicht gut. Also eventuell muss ich das gleich hier nochmal neu machen. Ich hab noch eine Template-Gedöns hier. Aber das darf auf jeden Fall nicht kaputt gemacht werden. Das geht nicht. Scheiße. Schlecht. Ganz schlecht. Ja. Muss ich nochmal neu laden. Ich hab nichts mehr zum Wehren. Okay, Spiel laden. Gedöns zwei, ja. Das ist das, wo ich mir dachte, hey, ich bin sicher. Hier geht mal da hin. Ihr kommt hier mit dazu. Werdet dann gleich die Dinger da erledigen. Wir machen hier noch weitere. Die hier. Paar von euch. Damit wir die Wächter hier auch ohne große Fluss hier wegkriegen. Ne? Vielleicht kriegen wir hier schon mal Panzer weg, bevor es hier ausartet. Mal gucken. Da sind die Panzer. So, mut das bitte hier ran. So. So soll es sein. Genau. Aber da sind hier. Ne, Terror. Terror.